Wir haben ja auch eine sehr berühmte Late Night in Deutschland und wenn das ähnlich ist, jetzt haben wir eine ungefähre Vorstellung davon. Nein, wir haben noch keine Vorstellung, was uns Herr Krauss fragt, aber solche Fragen sind oft auch in Niemczech, also so wird es sicherlich ein Problem sein. Wahrscheinlich einige. Einige Fragen haben wir sicherlich.